Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Heute, ich weiß, es ist eine ganz ungewohnte Zeit. Wir sind immer noch nicht komplett irrelevant, weil hier immer noch weit über 500 Zuschauer zuschauen. Das freut mich sehr. Danke und Grüße gehen raus an Ascaron. Wir gucken uns jetzt das Video von Klubatwins an. Geil, Mann, die haben ein normales Video gemacht. Das feiere ich richtig. Einfach ein normales Video auf dem Kanal. Das finde ich sehr sympathisch, das finde ich sehr, sehr gut. Also keine Reaction oder sonst irgendwas, sondern auch ein normales Video. Mit dem Titel, Stefan Raab kommt mit Skandalen zurück. Und da stand irgendwas im Thumbnail mit, es geht um Skandal-Tweets. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Weil ich habe davon gar nichts, also okay, ich habe ein paar Tweets gesehen, da ging es um Stefan Raab und so. Aber dass er mit Skandal-Tweets zurückkam, das weiß ich noch nicht. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein und schauen mal, wie problematisch das Ganze doch eigentlich ist. Ey, lasst übrigens gerne ein Abo da für Ascaron. Seit ein paar Tagen ist es jetzt soweit. Eine absolute Legende des deutschen Showgeschäfts hat sich zurückgemeldet. Stefan Raab ist zurück. War zurück im Ring gegen Regina Halmisch. Am Samstag ist es soweit gewesen. Und selbstverständlich, wenn so eine Nummer passiert, eine Legende wieder die Bühne betritt, da gibt es natürlich auch einige Skandale, über die wir natürlich reden müssen. Hat ein Fake-Kanal gepostet? Ging direkt Samstag los. Ich weiß nicht, ob das der echte Kanal von Stefan Raab ist. Real Stefan Raab. Ist das der echte Kanal? Ich habe keine Ahnung. Ich selber habe mit... Auf jeden Fall geht er gerade so ein bisschen durch die Decke. Die Veranstaltung nicht angeguckt, aber wohl Millionen, wenn nicht gerade Milliarden anderer Menschen. Und die hatten da bereits dann einiges zu kritisieren. Das war zu viel Selbstdarstellung. Regina Halmisch, die musste viel zu lange warten. Das war ja klar und das ist voll die Zumutung dann für so eine Sportlerin, wenn die dann quasi unaufgewärmt den Ring betreten muss. Die ist das Tralala. Okay, okay. Ja, aber wer hätte denn das erahnen können? Dass die, bevor es losgeht, natürlich eine große Show machen rund um Stefan Raab. Ja, auch die Leute, die sich beschwert haben, dass es nicht direkt halb neun oder viertel vor neun oder um neun losging mit dem Kampf. Also es war ja vorhersehbar. Weil so ein Kampf geht halt eine Viertelstunde. Also dementsprechend war es ja klar, dass die da raus eine riesen Show machen, da eine Selbstinszenierung stattfindet. Manchmal fand ich es auch fast ein bisschen zu selbstinszenierend dargestellt, aber so, ich meine, Raab, der hat halt auch wirklich viel fürs Fernsehen mitgetan und ist halt wirklich auch so eine TV-Legende, das muss ich auch sagen. Deswegen, sei es drum, war okay. Ja, war halt ein Schaukampf, richtig, ja. Was erwartet man am Ende? Alles meiner Meinung nach mehr oder weniger lauwarme Sachen. Stefan Raab ist ein Selbstdarsteller. Selbstdarsteller, okay, erzählt mir sonst noch irgendwas Neues. Was gibt sonst noch Neues? Was macht der als nächstes? Merkwürdige Witze, die ein bisschen Boomer-mäßig angehaucht sind? Niemand weiß es. Merkwürdige Songs? Ach ja, der hat ja schon mal gemacht. Paar aufs Maul. Wird übrigens so geschrieben. Ich denke, das war eine Anspielung auf PA Sports. Und dass er PA Sports eines Tages eine aufs Maul haut. Ich dachte am Anfang, das wäre ein PA Sports-Diss-Track, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ey, wir verstehen uns, mein Wester. Wir verstehen uns doch. Siehst du, wir haben den gleichen Gedanken gehabt. Ich dachte auch, PA Sports bekommt den Spar aufs Maul. Mein lieber Herr Gesangsverein. War es dann aber doch nicht. Dann wurde noch eine neue Show angekündigt und so weiter und so fort. Und ich sag mal so. Wer in meinem Alter ist, der war irgendwann mal in dem Alter. Der hatte eine Phase in seinem Leben, wo man Stefan Raab schon cool gefunden hat. So eine Biste Nostalgie kickt da sicherlich bei allen Leuten, die sich jetzt in ihren 30ern befinden. Oder vielleicht auch Ende 20ern oder Anfang 40ern. Ey, ich bin 25, ja, Nostalgie kickt trotzdem. Was ist denn das jetzt? Ich fühle mich nicht wie Ende 20, mein Bester. Wobei bei 25 rundet man auf. Ja, gut, gut, dann ist man vielleicht schon Ende 20. Aber auch Mitte 20, ja. Ich erinnere mich noch, ich habe sehr gerne trotzdem TV Total geschaut. Damals in meinem Kinderzimmer. Und ja, hat mir gut gefallen. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe nichts, was Fernsehen angeht, habe ich angeschaut. Aber TV Total, das ging auf jeden Fall immer fit. So, und als er dann weg war und dann hier, wie heißt denn der andere? Boris, hieß der Boris? Irgendwie Boris oder sowas. Als der das weitergemacht hat, so, das habe ich mir nie reingezogen. Weil TV Total ist halt nur mit Stefan Raab machbar. Ja. Die 30 glaubt schon an, er hört auf, ey. 30, Leute. Ich will nicht dran denken, dass ich eines Tages mal 30 sein könnte. Was weiß ich. Einige Leute haben gesagt, ja, schon, okay. Aber ist er jetzt vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen? Hm, weiß ich nicht. Der hatte genau den richtigen Zeitpunkt, um abzuspringen. Und jetzt wird er bestimmt seine Legacy irgendwie ruinieren. So, okay. Guter Punkt. Ja. Aber ich meine, er ist halt auch 57. Stell dir mal vor, du bist irgendwie 57. Puff-Puff heißt er. Puff-Puff. Puff. Ich dachte, er hieß Boris. Ich dachte, er hieß Boris oder sowas. Der heißt Sebastian Puff-Puff. Der heißt wirklich Puff-Puff. Den sein Name ist, und ich lüge nicht, Puff-Puff. Das habe ich ja noch nie gehört. Wahnsinn. Puff-Puff ist großartig, aber nicht in der Sendung. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich auch nie darauf eingelassen. Ich habe es mir auch nie angeguckt. Aber krass, der heißt einfach Puff-Puff. Was ein wilder Name. Ey, ohne Scheiß. Wirklich, das hat ja alleine schon eigener TV-Total-Potenzial. 50. Bist reich, als gibt es kein Morgen mehr. Und dir ist einfach langweilig. Dann hast du vielleicht auch einfach Bock, so ein bisschen wieder dein Ding durchzuziehen. Und ein bisschen drauf zu pfeifen, ob du jetzt wirklich auf das alte Level rankommst oder nicht. Hauptsache, du hast auf deine alten Tage oder sagen wir mal fortgeschrittenen Tage noch mal wieder ein bisschen Spaß. Wer kann ihn das schon verdenken? Und ist natürlich nicht jedermanns Sache. Gibt natürlich auch viele Dinge zu kritisieren. Zum Beispiel, dass da immer so Interview-Formate gewesen sind, wo mehr oder weniger, glaube ich, Hauptschüler vorgeführt wurden. Das war quasi Mobbing, was da stattgefunden hat. Vor unser aller Augen. Was soll man machen, Freunde? Das stimmt. Ey, ne, damals, das war dieses... Das Superbrain. Ich erinnere mich noch. Und dieser Sprecher war auch der... Ich spreche auch bei dieser Show wieder. Ich erinnere mich noch bei dem Superbrain. Das ist damals auch mega viral gegangen. Ich habe das übel gefeiert als Jugendlicher oder als Kind oder so. Aber am Ende des Tages, man hat halt wirklich dort Leute vorgeführt, die ein bisschen wenig gecheckt haben, würde ich mal meinen. Und ich glaube nicht, dass man dort alle Antworten eingeblendet hat, sondern nur die Antworten der äußerst dümmeren Menschen. Ja, oder beziehungsweise Menschen, die in dem Moment echt nicht so gut abgeliefert haben. Aber ich sage mal so, Stefan Raab war mit seiner Show der Vorreiter der Memes. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn man das jetzt mal so sieht, diese Memes haben sich mies durchgesetzt. It's Gonna Be Boys, das ist Entertainment der 2000er und 2010er Jahre gewesen. Und Ende der 90er sogar auch noch. Der Mann war ja schon seit Ewigkeiten im Geschäft. Gut, muss man nicht mögen. Haben aber viele Leute gemocht. Und werden vielleicht auch heutzutage noch viele Leute mögen. Auf Twitter hätte ich eigentlich gedacht, kommt das Ganze ein bisschen besser an. Aber da gab es auch wirklich viele kritische Töne zu der Sendung. Später allerdings nicht mehr so richtig, als sich da nämlich einige Tweets die Runde gemacht haben. Von Will Stefan Raab sind ein paar Banger viral gegangen. Unter anderem das hier. Ein Mann, der in den Boxring steigt, um eine Frau zu vermöbeln. Das gab es seit den Olympischen Spielen nicht mehr. Hashtag Raab, Hashtag Raab ist Banger. Okay, Alter, kommt einfach zurück mit sowas. Okay, gerade eben wurde noch geschrieben, dass das ein Fake-Account war. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn das auf jeden Fall ein Fake-Account war, dann ist es schon eine wilde Nummer. Direkt so ein polarisierendes Ding rauszuhauen. Oha. Also ich will nicht sagen, Witzqualität... Ist Fake gewesen, ja. Na gut, ich werde es nicht schon wieder die deutschen Podcast erwähnen. Witzqualität nicht ganz so gut. Hätte sich auch quasi von selbst geschrieben. Ist eher so ein Rohr-Kreprierer, würde ich sagen. Und sind natürlich auch Falschinformationen, die da in den Witz enthalten sind. Ansonsten liegt der quasi auf der Hand. Gut, super. Wir hatten Twitter darauf reagiert. Die fanden das auf jeden Fall wahnsinnig witzig. Orange-Moch... Ist halt jetzt schwierig. Ist halt jetzt schwierig zu sagen, ob das... Wer jetzt dahinter gesteckt hat. Wenn das jetzt der echte Stefan Raab war... Aber der echte Stefan Raab würde sich auch safe verifizieren lassen, was das angeht. Der hätte da mit Sicherheit nicht einfach nur irgendeinen Account, sondern wahrscheinlich auch einen offiziellen Account und so, der nochmal verifiziert ist. Wobei sich natürlich jeder verifizieren kann direkt. Aber ich glaube, das hätte man schon anders nochmal inszeniert. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der echte ist. Aber ja, es ist halt... Wobei das gesund ist. Ich sag mal, so ein Witz kann ich mir bei Stefan Raab durchaus vorstellen. Orange lacht. Du bist zu 100% zurückgekommen. Ja, Junge. Okay, das ist das Problem. Weißt du, wenn Orange-Morange lacht, dann war der meistens nicht lustig. Und das ist genauso auch, dass Orange-Morange seine Liebe gestanden hat zu... Was? Alice Weidel? Ich glaube, zu Alice Weidel. Alice Weidel hat irgendeinen Tweet gemacht und Orange hat irgendwas gemeint mit, dass er sie sehr liebt oder so oder dass er sie gern hat oder keine Ahnung. Komm, weil du gesehen hast, was alles in Deutschland abgeht. Dein Herz konnte sich diesen Scheiß nicht mehr geben. Du hast schon nicht die Blume gezeigt, was dir auf den Sack geht in unserem Regenbogenland. Bester Mann, Ehrenmann. Das ist eine Sache, die da jemand schreibt. Ja, Junge, das ist ein Typ, der hat Krypto in seinem Namen. Ja, wir bleiben mal cool. Wir bleiben mal ganz, ganz cool. Warte, ich versuche, ich das mal raus zu dings. Orange-Morange. Alice. Orange-Morange Weidel. Oh, nicht Widel. Gibt es hier irgendwo einen Post dazu? Nee, da muss ich mal nur bei Orange-Morange gucken. Also ich bin mir ja sogar ziemlich sicher, dass er das von den Tweet irgendwie rausgehauen hat. Und seine Liebe ihr gestanden hat, mehr oder weniger. Man will ja jetzt ja auch keinen Quatsch erzählen. Deswegen will ich es euch direkt raussuchen. Das wäre ja jetzt sonst großer Quatsch. Okay, er hat zum Beispiel auch hier geschrieben, am 11. September, Alice is Germany's last hope. Okay. Warte, das unter anderem, das ist ja schon gefühlt ein Liebesbeweis, aber der hat das, glaube ich, auch direkt unter einem Post von ihr oder so geschrieben. Boah, von wann ist das? Das ist jetzt schon ein Stück her wahrscheinlich. Ach so, ja, auch bei den Ergebnissen, dass die AfD so weit vorne ist, schreibt er sehr geil. Ich finde es auch geil, dass es Leute schreiben, die selber nicht mehr in Deutschland wohnen. Also, dass Leute die AfD extrem feiern. Ach hier, guck mal. Hier haben wir es doch. Hier. Ich liebe sie, Alice Weidel. Von Orange Orange am 1. September. Ich finde es immer lustig, dass immer die Leute, die nicht mehr in Deutschland wohnen, aber dann die AfD groß befeiern und befürworten. So, also dann mach doch selber nach Deutschland, dann kannst du die feiern, wie du willst. Dann hast du selber auch was davon. Ja, aber wenn es dir halt eigentlich egal ist und du hast dann aber befeuerst, ist es halt, ja, unangenehm. Es ist generell unangenehm, wenn Leute, die nicht mehr in Deutschland wohnen, dann plötzlich über die Politik ständig irgendwas posten. Grüße gehen raus ans Vermietertagebuch, ja. Da hatten wir auch schon ein Video angeguckt von Topvollgold, der auch ganz gut gezeigt hat, dass da Kanäle stellenweise Scheiße erzählen, wie die Lust und Laune haben. Aber die chillen ja eh auf Costa Rica oder so. In einer feinen Finca, wo die nichts mit Deutschland zu tun haben, nichts mit der deutschen Politik zu tun haben, aber wir können halt von dort aus ihren Schwachsinn erzählen. Schmeckt. Van Raab oder Real Stefan Raab. Junge, fahr mal ein bisschen deine parasozialen Relations runter. Was ist das denn? Hör mal auf, da so jemanden anzuhimmeln. Das ist ja schon borderline unangenehm. Aber das ist tatsächlich nicht die einzige Person, die sich in diese Richtung ausgedrückt hat. Folgendes steht da auch noch. Deutschland 2024 hat Stefan Raab so dermaßen verdient. Ich bin auch so happy, dass er zurück ist. Es ist offiziell, Stefan Raab liest den Bienenkurier. Raab war damals einfach schon seiner Zeit voraus. Oha, wenn sie das schon so sagen, muss ja was dran sein an dieser Verschwörungstheorie. Also diese Accounts, da muss man schon sagen, die ein oder andere rote Alarmglocke könnte da in der Tat angehen. Die freuen sich alle so richtig. Wir denken, okay, einer der größten deutschen Entertainer, der am meisten zu sagen hatte in der Unterhaltungsindustrie der letzten 30 Jahre. Fällt euch jemand ein, der mehr zu sagen hatte? Mir eigentlich nicht. Der hat schon alle an Formate geprägt. Auf jeden Fall ist der zurück. Und da möchte man sich natürlich anschließen. Den möchte man da gerne auf seine Seite im Kulturkampf ziehen. Den möchte man gerne Schulter an Schulter neben sich wissen. Wenn es darum geht, das Regenbogenland und die blöden Wolken irgendwie an die Wand zu spielen. Da feiert man dann auch mal so einen Tweet ab. Ja, Gottschalk hatte mehr zu sagen, ja. Junge, Gottschalk, ohne Scheiß. Ich kann den Typen einfach nicht mehr sehen. Ich weiß nicht. Der ist mir so ein alter, verbitterter Mann geworden. Mann, Gottschalk, den habe ich immer verbunden mit Haribo. Und dachte eigentlich, okay, der hat so sein Zeug gemacht. Er macht auch mehr oder weniger ja schon eine Legende in diesem Geschäft und dies, das. Aber du kriegst so ein paar Zitate hier und da mit von einem Gottschalk, wo ich mir so denke, Alter, wirklich, bitte rede nicht über die Jugend von heute. Oder bitte rede nicht über die junge Generation. Ey, wirklich, das ist richtig schmerzhaft. Weil das sind so Takes, die nur von Leuten kommen, die wirklich einfach nur verbittert drauf losschießen, ohne zu checken, was eigentlich wirklich abgeht. Oh, richtig, richtig schmerzhaft. Social Media. Ja, der ist gar nicht mit der Zeit gegangen. Der dachte, okay, yo, ich habe mir jetzt richtig viel aufgebaut. Ich versuche jetzt einfach mal meine Karriere und auch mein Ansehen, so gut es geht, vor allem bei jungen Leuten extrem zu schaden. Ja, und nimmt dann auch merkwürdigerweise alles für wahre Münze. Ist man da vielleicht ein bisschen blauäugig durch die Welt gegangen? Ist man da vielleicht so ein bisschen übers Stöckchen gesprungen von jemandem, der diesen Account genutzt hat, um für sich Reichweite zu generieren? Aber der gar nicht wirklich Stefan Raab ist? Wer kann das schon mit Bestimmtheit sagen? An den Account, ich sage mal so. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Fake-Account ist, ist relativ hoch. Weil Stefan Raab kommt zurück. Natürlich wird dann jemand schnell in die Tasten hauen und einen Stefan-Raab-Account machen, um dann Stefan-Raab-Memes rauszuhauen. Das ist schon durchaus möglich. Ich würde das aber halt nicht machen, sage ich ganz ehrlich, weil wenn das rauskommt und du den Ruf von dem Stefan Raab schädigst durch Twitter, wo jeder alles teilen kann und extrem schnell sich das verbreitet, dann wird es ein bisschen schwierig. Also ich kann da nur abraten von solchen Handlungen, von solchen Methoden. Ja, jemanden vielleicht da ein bisschen in die Pfanne zu hauen. Ist kein blaues Häkchen dran? Das ist natürlich relativ vermunderlich. Auf Twitter gibt es auch noch andere Stefan-Raab-Accounts. Alle keinen blauen Haken. Niemand kann genau sagen, ob das jetzt der richtige Account ist oder nicht. Tja, Fakt ist aber, der Account, von dem ich den Tweet gerade vorgelesen habe, Will Stefan Raab, ich glaube, der ist gar nicht so real, denn der Account ist jetzt gelöscht. Unlucky. Unlucky. Ich glaube, da ist man so ein bisschen, leider, auf die Stauze gefallen beziehungsweise in ein Fettnäpfchen getreten beziehungsweise auf einen Scam, auf einen Fake hereingefallen. Junge, das war ein Exit-Scam, Leute. Der hat gefüttert und gefüttert und dann ist er einfach abgehauen und hat sich trotzdem das ganze krasse Geld von Twitter mit eingesteckt. Richtiger Exit-Scam. Blöd. Und was macht das mit allen? Dass man da so sämtliches kritisches Denken fallen lässt und dann einfach den da so bejubelt, weil man ja auch gerade den Kulturkampf kämpfen muss. Ich persönlich wünschte so ein bisschen, dass einer der größten Konflikte, die auch diskutiert werden in unserer Zeit, der zwischen arm und reich ist, ist es aber leider nicht. Es ist ja dann sowas hier. Da versucht man dann irgendwie anzudocken an jemanden, der was zu sagen hat und den für sich zu gewinnen. Und das war's dann. Da lässt man auch mal Fünfe gerade sein. Da glaubt man dann auch ganz gerne dran. Da geht man ein bisschen motiviert an die Sache ran und denkt sich, ah ja geil, der ist einer von uns. Ich hab den schon immer gefeiert. Er war schon echt der Allergeilste. Ich frag mich, was wäre, wenn Stefan Raab sich dann genau gegenteilig äußert. Und zwar der Real-Real-Stefan Raab. Und wie diese Leute, die das denn hier abfeiern, dann darauf reagieren. Fanden die den dann schon immer blöd? Hatten die dann schon immer dann den Verdacht, dass das ja der reinste Systemling ist, der sich nur für Geld verkauft und überall anbiedert? Man weiß es nicht genau. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass es so aussehen würde. Zumindest wenn wir uns angucken, was mit der Taylor Swift passiert ist. Ich glaub, da würde da circa der gleiche Turn stattfinden. Fairerweise muss man sagen, dass auch Leute, die eher so progressiv eingestellt sind, sag ich mal, sich vielleicht ein bisschen vorschnell über diesen Tweet hier aufgeregt haben, den ich eben eingeblendet hab. Die waren da vielleicht auch ein bisschen fix. Und da haben wir gesagt, ah Junge, du hättest einfach damals stehen bleiben sollen. Du warst schon immer aus der Zeit gefallen. Ja, du kannst sowieso. Also ich würde sagen, egal was du postest, gerade auf Twitter, du wirst es nie allen recht machen. Ja, es gibt immer Leute, die dann sagen, ja, du bist nur in der Zeit stehen geblieben. Oder ey, du schießt über das Ziel hinaus. Ja, es ist so oder so schmerzhaft. Egal, was du machst. Also auch bei dem Comeback wird es, denke ich, sehr, sehr viele Leute geben, die einen Stefan Raab jetzt nicht mehr feiern werden. Oder die Witze jetzt mittlerweile unangebracht sind. Und oh, das ist ja bloß nach unten treten und nicht nach oben treten. Und deswegen geht das nicht. Und bla, bla, bla. Ich glaube, da wird relativ viel noch passieren. Ich bin gespannt. Ich glaube, der hat doch demnächst irgendwie bei RTL Plus oder so seine Show. Also ich werde es mir halt leider nicht angucken. Oder hatte er schon seine Show? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mir auf jeden Fall leider nicht reinziehen, weil ich keinen Bock habe, RTL Geld zu geben fürs Abo. Aber Mann, eigentlich habe ich noch Bock, das mal anzuschauen. Weißt du? Ich finde schon, dass Stefan Raab, der hat schon gefehlt im TV-Dings, weil ich Fernsehen nie so richtig dann angeschaut habe danach. Also ich habe mir damals gerne die Sachen angeguckt, wo Stefan Raab irgendwie mit dabei war. Und danach war es das eigentlich. So, danach kam so Netflix. Damals so ein Prime oder so. Und ein bisschen Fußball. Und ja, mehr hat man gar nicht weiter geschaut. Vielleicht manchmal noch die Tagesthemen. Aber die schaue ich mir eventuell auf dem Handy über YouTube an. Und worüber es sich lohnt, sich aufzuregen und worüber es sich nicht lohnt, sich aufzuregen. Und dieser Beitrag war definitiv einer, da hat man sich zu schnell drüber aufgeregt beziehungsweise sich zu schnell drüber gefreut. Da muss man sagen, ich glaube, der Account-Ersteller hat da sein Ziel schon erreicht. Da war man so ein bisschen mit einer Troll-Face unterwegs, hat das auch geschafft, hat da so ein bisschen gezündelt und es gab so einen Mini-Shitstorm beziehungsweise auch Mini-Rückenwind, der einem da mitgegeben wurde. Naja, was lernen wir daraus? Der ist halt schwierig. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich persönlich würde mich nicht erstens mit dem Stefan Raab anlegen und zweitens irgendwie Promi-Accounts trollen, indem ich mich als diese Accounts ausgebe. Weil wenn das rauskommt und man dich ausfindig machen kann und irgendwie wird das schon möglich sein, über welche IP-Adresse das gelaufen ist, dann kann das tatsächlich echt krasse Konsequenzen haben. Weil stell dir vor, Stefan Raab hat jetzt aufgrund dessen, weil dein Fake-Account in seinem Namen irgendeine Scheiße gepostet hat, jetzt den Shitstorm, verliert irgendwelche Werbepartner, verliert, keine Ahnung, seine Glaubwürdigkeit und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesiger Schaden, der da entsteht. Also stell dir vor, dadurch arbeiten Firmen nicht mit ihm zusammen, was das teilweise für Gelder sind, die da flöten gehen, einfach nur weil ein Fake-Account irgendwas gepostet hat. Deswegen kann ich nur abraten, das zu tun. Macht's lieber nicht. Ja, erstellt euch auch kein Alpha-Kevin-Account und postet dann irgendeine Scheiße, weil es kann genauso schwierig werden. Nicht ganz so, nicht ganz so leicht. Das Kulturkampf im Internet funktioniert nach wie vor. Das ist Engagement-Bait vom Feinsten. Da machen die Leute gerne mit. Mal gucken, wann das irgendwann abklingt. Man weiß es nicht genau. Ey, Young-Kopf-Salat, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Ganz viel Liebe. Ich sehe hier, du reagierst in letzter Zeit immer mal wieder auf meinen Alpha-Kevin-Plus-Channel. Das finde ich sehr sympathisch. Ich danke dir. Ja, da freut sich auch Askeron. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream gehabt. Und Kurcho ist auch mit am Start. Hast du die 80 Seiten noch? Das ist jetzt die Frage. Ich will wissen, ob du die 80 Seiten von Kuren.TV noch hast. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wo es nicht nur um Kulturkampf geht, eher weniger sogar. Und was auch kein Fake ist, das ist natürlich unser Twitch-Stream. Und da würde mich persönlich sehr freuen, wenn du da vorbeiguckst. Ja, also kann ich auch nur sagen, einmal bei echter Alpha-Kevin auf Twitch vorbeischauen, dann seid ihr immer auf der richtigen Seite. So die Kuppertwins müssen nicht so unbedingt sein. Ja, das ist nämlich richtige Milchs. Ihr seid alle Milchs. Und zwar jeden Tag, immer 24 Stunden, immer einfach online. Guckt da mal vorbei. Ich würde mich, wie gesagt, freuen. Nein, wir sehen uns. Bis dann. Okay. Siehst du, ich wusste auch nicht, ist das jetzt der reale Stefan Raab oder ist das nicht? Aber ich dachte mir auch so, okay, es hat keinen Haken. Also das hat nicht dieses blaue Häkchen. Und normalerweise müsste es ein blaues Häkchen haben, wenn es wirklich der echte ist. So, deswegen dachte ich mir auch, okay, es ist ein Fake. Aber wenn der noch gelöscht ist, bin ich mir nicht so sicher, dass es ein Fake ist. Aber du kannst es halt trotzdem im Namen vor dem Stefan Raab Skandale auslösen. Ist halt mega dumm. Wirklich, Real Talk. Ja, sowas macht es echt blöd. Ähm, ja, ich kann euch trotzdem nur empfehlen, geht zu Cooper Twins. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Du kommst jetzt zum Video und checkt auch ihren Twitch-Kanal ab. Die machen da sehr stabile Livestreams, ja. Äh, sehr angenehme Jungs, ja. Also es sind einfach Zwillinge. Müsst euch überlegen. Sein Bruder sieht leicht aus. Die kannst du kaum, äh, kaum unterscheiden. Das ist schlimm. Also der Klaus sieht so aus wie der Paul. Und der Paul sieht dann halt auch fast so aus wie der Klaus. Das ist schon krass. Und der eine hat Klaustrophobie. Ne, das wollte ich nur kurz sagen. Ne, starkes Video. Der Link ist in der Beschreibung. Dann kommt ihr zum Video zu Stefan Raab. Komm mit Skandalen zurück. Ähm, checkt das ab. Ich danke euch fürs Zusehen. Oder als Algorithmus-Kommentar schreibt mal bitte für Young Kopf Salat, schreibt da mal bitte rein, du Milch. Wenn ihr reinschreibt, du Milch, dann seid ihr Macher. Und absolut gar keine Lacher. Lasst hier auch gern ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wie heißt es so schön? Stängchen an, Zwängchen. Euer Young Kopf Salat. Und ciao, ciao.